Was ist die jüdische Kultur für die jüdische Zeitung? Die Hauptsache ist, in den 60er Jahren, wenn ich aufgewachsen bin, ist die jüdische Kultur noch sehr lebendig. Es sind noch drei jüdische Zeitungen in New York oder vorwärts, der Tag-Morgen-Journal und die Morgenfreiheit, die kommunistische Zeitung. Wir kriegen den Vorwärts und den Tag-Morgen-Journal, aber nicht die Freiheit. Freiheit ist bei uns daheim gewesen, so wie Pornografie. Wenn ich aber reingeguckt in die Freiheit, habe ich gefühlt, wie ich eine verbotene Sache tue. Das war in der kommunistischen Zeitung. Und auch jedes Theater in den 60er Jahren. Es gibt mehr als ein Theater. Und ich habe gedacht noch, als gehe ich auf... Erstens auf die Theatervorstellung, wo früher hat man gewissen, einen Film. Auf jüdisch, also einen kurzen jüdischen Film. Und nachdem die Theatervorstellung. Und wir waren Konzerten. Gäste von Omoschel, Gigan und Schumacher sind gekommen zu Gast von Israel. Und es sind noch gewissen Schumacher. Er hat die Zeit, weil er gestorben ist auch früher wie Gigan. Und sie haben gemacht Vorstellungen. Und auch ein Sänger, wie wenn ein Nechama liefst. Die Sänger von sowjetischen Verband. Von sowjetischen Verband. Kein Israel. Sie sind gekommen zu Gast in Amerika. Wie ein Kind. Wie ein Kind hat sich gedacht, dass die jüdische Welt sehr groß ist. Ja. Weil Schreibers, Zeitungen, Theater, Konzerten. Ich habe gewusst, dass Menschen reden, als es wird kleiner. Aber da habe ich auch gehört wegen dem, als es wird kleiner. Aber es hat vor den Kindern gedacht, dass es sehr groß ist. Und der Kind ist ganz schnell. Geht nach. Die sind Häuser. Die sind. Die sind. Betreuen. waves. Meinst. Was.